hallo ihr süßen puppis ich bin's eure juristica parker und passt mal auf wo ich heute bin ich bin heute nicht bei mir sondern ich bin bei dem matt fox ist ein friseur wollte ich schon sagen fotograf und heute ist sie mit dabei die steckerin ist mit dabei die frisst aber noch und redet nicht margot schlenske so schrecklich sieht sie in echt aus dann haben wir noch die pen die ist heute unsere kreativdirektorin weil das sind gekommen auch weil wir schuten nämlich heute ihr süßen mäuse mein aller allererstes merchandising produkt und zwar schuten wir einen erotischen golden girls kalender das wird teuer ich stelle euch mal die matthias fuchs vor netfox weiß aber gar nicht wo der ist ist der auf klo nicht er ist gar nicht da gut naja dann zeige ich ihn euch nachher und hier sind süße katzen ja das ist der max da kommt der matt fox der bringt irgendwas rein das ist irgendeine lampe oder so naja stelle ich euch nachher nochmal vor und jetzt müssen wir uns aber erstmal schminken das sind die drescher hat gestern aufgelegt die kommt erst später wir haben es 10 uhr 30 das ist so ich bin jetzt fertig von make-up zu make-up immer höher wird das ist schon mal ganz süß die destiny ist auch da die schminkt sich gerade ja und margot ist auch fertig oder ja ich zieh mir gerade die hose aus dass ich mal an deinem tisch film hat ich gehe mal kurz kotzen und dann da in so schatz erklärt doch mal ganz kurz was wir heute machen fotos war das kurz genug das ist nämlich der kasper der kasper der schnickert gerade ja so und da ist jetzt hier der matt fox der ist unser fotograf zeig doch mal kurz das studio aber gerne ja wenn sie mal mitkommen möchte kommen wir mit da ist das nämlich da guck mal mach da mal licht an zeig doch mal wie das aussieht guck mal hier machen wir ein bisschen licht für dich an komm mach mir mal ein bisschen licht an bisschen licht und dann steht man hier so guck mal hier also ihr seht vielen dank ihr seht es ist wir haben jetzt den ganzen tag hier heute angeplant das zu machen travesti ist nicht nur saufen und in clubs rumhängen das sage ich euch ja immer wieder aber das macht am meisten spaß das möchte ich so nicht unterschreiben und das schöne ist halt auch bei travesti seht ihr diesen tisch voll mit utensil katzen sind ja toll ich bin ja eigentlich ein hundemädchen aber katzen sind so toll weil katzen sind so wahnsinnig geltungsbedürftig und kasper setzt sich immer gerne ins set so destiny schminkt sich immer noch ich bin auch später gekommen eine halbe stunde marot ist sieht eigentlich aus wie immer und ich sie auch schön aus und da wird jetzt nämlich gerade schon geschutet aber ich darf nicht zu viel zeigen weil sonst schimpft nämlich pen m und ich habe meine haare bekommen guck mal sehen die süß aus ich habe ein süßes süßes outfit und süße haare ich bin jetzt direkt mit dem schweizen an nein ich probiere es nur an ich bin doch gar nicht dran da habe ich dieses ruchtige doch mal ausprobieren du hast richtige brüste so wir haben jetzt momentan so halbzeit oder so wir sind jetzt beim vierten motiv sophia ist wieder dran und wird geschutet mit und und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das Shooting ist endlich vorbei. Wie spät haben wir es jetzt? 18.30 Uhr? Ja. Also wir haben jetzt wirklich 8,5 Stunden lang hier wirklich hart gearbeitet. Hat es euch denn Spaß gemacht? Ja! Und wir haben einen ganz, ganz tollen Golden Girls Kalender produziert. Den könnt ihr natürlich dann auch bald käuflich erwerben. Oder ihr kommt auch einfach zu unserer Show. Nämlich am 29., 30., 31., 3. und am 1. April spielen wir vier Tage am Stück im Rauschgold. Halt die Klappe Rose 2. So, und das war es jetzt. Ich möchte mich jetzt gerne auch abfummeln. Ich habe gar keine Lust mehr jetzt. Also bis dahin. Bye!